Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns in der Vorlesungsreihe zum Steuerrecht und sind mittlerweile beim 21. Video angekommen. Mit dem werden wir jetzt den Bereich der Verbrauchsteuern betreten und es wird wahrscheinlich zwei, aber eventuell sogar drei oder vier, je nach Umfang, Videos geben. Denn diese Verbrauchsteuern, wie ihr gleich sehen werdet, sind zwar von der Erklärung her sehr schnell gemacht, aber wenn man in die Details geht, gibt es dann Haufen Sachen, die man beachten muss. Okay, womit fangen wir an? Erstmal kurz die Grundlagen, ehe wir dann zum Thema Energiesteuern kommen. Dort schauen wir uns dann Steuerbefreiung, Steuermäßigung und Steuersatz an, ehe wir zur Stromsteuer kommen und uns da die Steuerbefreiung, die Steuersätze und den Steuererlass anschauen. Ihr seht, wir haben hier nur zwei von, wir haben ungefähr acht, mit glaube ich eigentlich rechtem Sinne, Steuern, das heißt, wir haben einiges vor uns. Aber das kriegt man hinter uns, wir fangen einfach an und dann werden wir sehen, es ist gar nicht so schwer. Kommen wir, wie gesagt, erst einmal zu den Grundlagen. Was sind Verbrauchsteuern? Ja, das sind ganz einfach Steuern, die auf Sachen zu entrichten sind, die durch Benutzung verbraucht werden, daher der Name. Das heißt, Sie können auch nur einmalig anfangen pro Sache. Das bestes Beispiel ist, glaube ich, der Verkauf von Bier an den Endverbraucher. Der unterliegt dann natürlich der Biersteuer. Und diese kann nur einmalig pro Bier erhoben werden, da dies nach Verkauf von Konsumenten logischerweise verbraucht ist. Die Verbrauchsteuern dienen nicht, wie die meisten anderen Steuern, der Einnahmenerzählung des Staates, der sogenannte primäre Steuerzweck, sondern über eine Steuerfunktion gehen sie hinaus und haben nämlich das als sekundären Zweck. Das heißt, die sind wirklich nicht dazu Einnahmen zu generieren primär, sondern eher Konsum zu steuern. Denn durch sie soll der Verbrauch gewisser Güter eingeschränkt werden, indem die Kosten erhöht werden. Wir werden sehen, das kann teilweise sehr viel sein. Zum Beispiel bei der Tabaksteuer ist quasi 75% des Tabaks ist quasi eigentlich zu versteuern. Gut, zur Energiesteuer. Hier ein wunderschönes kompliziertes Schema, was ich allerdings nicht erstellt habe, was ich aber nicht hätte besser erstellen können. Deswegen habe ich es mir von den Herren Dickbauch, wie ihr unten sehen könnt, geliehen. Aber fangen wir erst mal an. Die Energiesteuer, die ehemals Mineralölsteuer genannt wurde, die wird auf die Abgabe und damit den Verbrauch von Energieträgern nach §1 Absatz 2 Energiesteuergesetz wie Öl und Gas erhoben. Schuldner der Energiesteuer ist nach den §8 und 9 des Energiesteuergesetzes immer derjenige, der die Energieträger in Verkehr bringt, sprich also an jemanden verkauft, der nicht selbst Hersteller oder Energielagerer ist. Die Steuern steht dabei im Moment des Inverkehrbringens und ist für Mineralölprodukte in §11, für Kohle nach §33 und für Gas nach §39 des Energiesteuergesetzes am 10. des übernächsten Monats fällig. Für Steuerbefreiung ist es wichtig zu verstehen, wann Herstellungsbetrieb und wann überhaupt ein Steuerlager vorliegt, denn für diese gibt es diverse Steuerbefreiungstatbestände. Ein Herstellungsbetrieb nach §6 Energiesteuergesetz liegt dann vor, wenn Energieerzeugnisse bearbeitet oder gewonnen werden. Gut, das klingt jetzt erst einmal logisch. Ebenso Steuerlager klingt logisch zu finden in §7 Energiesteuergesetz. Dort werden halt Energieerzeugnisse einfach gelagert. Damit sind wir bei einem Teil der Steuerbefreiung angelangt. Hierfür brauche ich vier Folien, wie ihr seht. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, werden Energieerzeugnisse gelagert, hergestellt, befördert oder im Verkehr gebracht, ausgenommen Kohle und Erdgas? Wenn sie gelagert oder hergestellt werden, dann danken wir in §5 Absatz 1 Nummer 1 des Energiesteuergesetzes. Dann ist die Steuer ausgesetzt, das heißt, sie fällt gar nicht erst an. Das ist ein ganz neuer Begriff, den wir bisher noch nicht hatten. Wir hatten bisher steuerfrei, wenn es, ja, den Gesetz unterlag, aber irgendwelche Befreiungstatbestände vorlagen, dann hatten wir nicht steuerbar, was bedeutet per Gesetz gar nicht definiert. Und jetzt haben wir ausgesetzt, das bedeutet so viel wie, es ist rechtlich definiert, aber erst einmal ist diese Steuer quasi gar nicht zu erheben, weswegen wir auch keine Befreiung brauchen. Es ist quasi so, als wäre sie steuerfrei. Ja, liegt in Beförderung vor, landen wir in §5 Absatz 1 Nummer 2 Energiesteuergesetz und auch hier ist die Steuer ausgesetzt und fällt damit nicht an. Wird es stattdessen in Verkehr gebracht, dann müssen wir uns die Frage stellen, für welchen Zweck sollen diese Güter verwendet werden? Haben wir irgendwelche anderen Zwecke als die, die gleich genannt werden, landen wir in §25 Absatz 1 Energiesteuergesetz und es ist steuerfrei. Sind es Probe für Untersuchungszwecke, landen wir in §25 Absatz 2 Energiesteuergesetz und das ist auch steuerfrei. Sollten sie als Kraftstoff, als Heizstoff oder zur Herstellung von Energieerzeugnis verwendet werden, dann müssen wir weiter prüfen. Das nehmen wir jetzt natürlich an. Dann ist nämlich die nächste Prüfung die Frage, ob es sich bei dem Verbraucher oder Werber um ein Unternehmen, das andere Energieerzeugnisse als Kohle oder Erdgas herstellt, handelt. Ist das nicht der Fall, müssen wir zu Teil 3. Haben wir jedoch so etwas, dann müsste die Frage gestellt werden, hat dieses Unternehmen die Erzeugnisse selbst hergestellt? Falls ja, landen wir in §26 Absatz 1 Energiesteuergesetz und ist steuerfrei. Falls nicht, müssen wir uns fragen, verwendet er die Energieerzeugnisse, um andere Energieerzeugnisse herzustellen? Falls ja, greift der §26 Absatz 1 Nummer 2 Energiesteuergesetz und ist steuerfrei. Falls nicht, müssen wir wieder zu Teil 3. Dort fragen wir uns dann, wofür werden die Energieerzeugnisse eingesetzt? Ist es für Wasserfahrzeuge? Dann müssen wir prüfen, ob es sich um Öle oder etwas dergleichen handelt. Falls nicht, kommen wir zu Teil 4. Falls doch, müssen wir dir die Frage stellen, ob diese für gewerbsche Schifffahrt, Instanthaltung oder Herstellung von Wasserfahrzeugen verwendet werden. Falls ja, sind wir in §27 Absatz 1 Energiesteuergesetz und ist steuerfrei. Falls nein, siehe Teil 4. Wird es für Luftfahrzeuge hingegen eingesetzt? Dann müssen wir prüfen, ob es sich um Flugbenzin oder Flugturbintreibstoff handelt. Ist das nicht der Fall, kommen wir wieder bei Teil 4 raus. Ist es Flugbenzin oder Flugturbintreibstoff, dann müssen wir überprüfen, ob diese für gewerbliche Luftfahrt, Instanthaltung oder Herstellung von Luftfahrzeugen verwendet wird, quasi ähnlich wie bei den Wasserfahrzeugen. Falls ja, sind wir nach §27 Absatz 2 Energiesteuergesetz steuerfrei. Falls nicht, landen wir wieder bei Teil 4. Auch bei Teil 4 landen wir, wenn die Energieerzeugnisse für irgendwas anderes als für Luftfahrzeuge oder für Wasserfahrzeuge eingesetzt werden. In Teil 4 müssen wir prüfen, ob die Energieerzeugnisse in Anlagen verwendet werden, die der Stromerzeugung, der Erzeugung von Kraft und Wärme mit einem Nutzungsgrad von größer gleich 60 Prozent oder dem Gastransport oder der Gasspeicherung, sogenannte Begünstigte Anlagen der §3 Absatz 1 Energiesteuergesetz, dienen. Falls nicht, dann landen wir in §1 Absatz 1 Satz 1 Energiesteuergesetz. Das wird der Standardfall sein. Das ist steuerpflichtig. Falls doch, müssen wir prüfen, was für Energieerzeugnisse es sich handelt. Sind es gasförmige Biokraft- und Bioheizstoffe, dann liegt eine Steuerbefreiung im Sinne des §28 Absatz 1 Nummer 1 Energiesteuergesetz vor. Heißt sich hingegen gasförmige Kohlenwasserstoffe, die aus Abfall oder Abwasser gewonnen werden? Dann landen wir in §28 Absatz 1 Nummer 2 Energiesteuergesetz und ist steuerfrei. Sind es andere Energieerzeugnisse, dann sind wir leider wieder steuerpflichtig. Gut, ihr seht, schon alleine diese Betrachtung hat viel vorhin gekostet und hat haufenweise Prüfungen. Und ja, das ist leider bei den Verbrauchsteuern so. Da gibt es sehr viele solche Regelungen. Haben wir die Steuerbefreiung überprüft, dann können wir uns um die Steuerermäßigung kümmern. Denn wenn ausgewählte Energieerzeugnisse zum Verheizen oder zum Antrieb von Gastrubinen für begünstigte Anlagen verwendet werden, beziehungsweise an diese veräußert werden, dann fällt nur eine verminderte Energiesteuer nach §2 Absatz 3 Energiesteuergesetz an. Nach §3 Absatz 1 Energiesteuergesetz handelt es sich bei sogenannten begünstigten Anlagen um Anlagen, die der Stromerzeugung dienen oder der Erzeugung von Kraft und Wärme bei einem Nutzungskraft von größer gleich 60% oder die dem Gastransport Gasspeicherung dienen. Damit kommen wir auch schon zum Steuersatz. Der ist in §2 Energiesteuergesetz geregelt. Da werden verschiedene Maßeinheiten für Volumen, Liter, Masse, hier wird Kilogramm verwendet, Energiegehalt, hier in der Regel Gigajoule oder Leistung, meist Megawattstunden zugrunde gelegt. Und da das den Umfang sprengen würde, bei dieser Prüfung bitte mal die entsprechenden Paragraphen aufschlagen, denn ihr werdet sehen, das ist extrem umfangreich, in allen einzelnen Sonderfeldern darzustellen. Das halte ich jetzt weder für didaktisch wertvoll, außerdem denke ich, es ist auch mal ganz gut, wenn man selbstgesetzt aufsteht bei den Aufgaben. Wichtig ist gleich dabei zu erklären, Absatz 1 regelt hierbei die grundlegende Steuer, das ist quasi Standardfälle, bei Absatz 2, das ist quasi eine Grund- und Übergangsregelung für Gase, welche die Steuer für dieses kontinuierlich anhebt, bis ihr Maximum im Jahr 2027 laut Absatz 1 erreicht, und Absatz 3, da sind die Steuersätze für die ermäßigte Steuer für begünstigte Anlagen. Nur mal so als Grobeorientierung, wo ihr es suchen müsst. Um das ein bisschen zu üben, habe ich natürlich wieder eine Übung ausgedacht, mit der ich euch das gerne vorstellen möchte. Und zwar ist die Frage, wie viel, also ob überhaupt Energiesteuer anfällt, und ja, wie in welcher Höhe, wenn 10.000 Liter Gasöle mit einem Schwefelgehalt von 40 mg pro kg, das ist die Nomenklatur 2710 1231 der Zollverordnung, a. in einer Raffinerie hergestellt werden, b. an eine Räderreihe zur Schiffherstellung veräußert werden, c. an ein Ölkraftwerk veräußert werden, oder d. an ein Chemieunternehmen veräußert werden. Natürlich auch schon eine Aufgabe gelegt, wo wir verschiedenste Lösungen erwarten können. Fangen wir mal an. 1. oder besser a. sie werden in der Raffinerie hergestellt. Das ist, da ist die Steuer ausgesetzt im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 1 Energiesteuergesetzes. Deswegen fällt da auch keine an. Bei b. soll eine Räderrei zur Schiffherstellung veräußert werden. Das ist steuerfrei nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 des Energiesteuergesetzes. Bei c. hatten wir ein Ölkraftwerk, an das es verkauft werden soll. Das ist steuerpflichtig nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Energiesteuergesetz. Hier greift allerdings der § 2 Absatz 3 Nummer 1b Energiesteuergesetz. Wir müssen 10.000 Liter mal 61,35 Euro pro 1.000 Liter rechnen und kommen damit auf eine Energiesteuer von 613,50 Euro. d. wie sieht es aus, wenn ein Chemieunternehmen veräußert wird. Dann greift § 1 Absatz 1 Nummer 1 Energiesteuergesetz. Das ist steuerpflichtig. Und zwar nach § 2 Absatz 1 Nummer 4a Energiesteuergesetz fallen aller 10.000 Liter mal 485,70 Euro pro 1.000 Liter, sprich 4.857 Euro Energiesteuer an. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Genau, macht dasselbe wieder einmal für diese vier Aufgaben. Ich springe natürlich schon zur Lösung, während ihr das bearbeitet. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir kommen auf dasselbe. Okay, kommen wir zur Lösung. Erstens, es werden 10.000 kg Heizölen der Nukulatur 2710 1962 von einem Lager in Berlin zu einem Lager am Bayreuth transportiert. Also Lager zu Lager Transport. Nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 Energiesteuergesetz ist die Steuer ausgesetzt. Damit fällt auch keine Energiesteuer an. Bei zweitens hatten wir, dass 4.000 Liter Benzin mit einem Schwefelgehalt von 25 Milligramm pro Kilogramm an eine Tankstelle verkauft werden. Klassischster Fall wahrscheinlich. Und das ist nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 Energiesteuergesetz steuerpflichtig. Die Energiesteuer beträgt hier nach § 2 Absatz 1 Nummer 4a des Gesetzes 4.000 Liter mal 669,80 Euro pro 1.000 Liter gleich 2.679,20 Euro. Drittens, gasförmige Kohlenwasserstoffe mit einer Leistung von 50 Megawattstunden, die in einer Deponie aus Vollgas hergestellt wurden. Wir hatten am 10. April 2019 allen Gaskraftwerk zur Verbrennung verkauft. Ja, nach § 28 Absatz 1 Nummer 2 ist es steuerfrei. Und damit fällt auch keine Steuer an. Bei viertens hatten wir gasförmige Kohlenwasserstoffe mit einer Leistung von 50 Megawattstunden, die in einer Deponie aus Vollgas hergestellt wurden, die am 18.10.2019 an ein Metallbauunternehmen verkauft werden. Da hast du einen kleinen Unterschied. Das ist steuerpflichtig, § 1 Absatz 1 Nummer 1. Und nach § 2 Absatz 2 Nummer 1a Energiesteuergesetz fällt Steuer in Höhe von 50 Megawattstunden mal 13,90 Euro pro Megawattstunde gleich 695 Euro an. Ja, damit sind wir erstmal durch. Können wir uns den zweiten Komplex widmen. Das ist unter drittens natürlich hier geführt, weil wir erstens Grundlagen hatten. Aber das ist die Stromsteuer. Die ist im Stromsteuergesetz geregelt und fällt immer dann an, wenn Strom aus dem Strommnetz im Steuergebiet § 5 Absatz 1 Satz 2 Stromsteuergesetz von einem Eigenerzeuger, also jemand, der Strom für sich selbst herstellt, im Sinne des § 2 Nummer 2, zum Selbstverbrauch entnommen wird. Oder nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 Stromsteuergesetz von einem Letztverbraucher entnommen wird. Das ist der häufigste Fall. Oder Halbsatz 2 von einem Versorger für sich selbst entnommen wird. Versorger ist jeder, der Stromerzeuger ist, also ein Kraftwerk zum Beispiel, zu finden in Satz 2 Nummer 1 Stromsteuergesetz. Nach § 6 Stromsteuergesetz gilt auch als widerrechtliche Entnahme. Nach § 7 ebenfalls die Verwendung außerhalb Deutschlands zu entnommen, er nimmt es also aus dem deutschen Stromnetz und entführt es in ein anderes Stromnetz. Der Steuerschuldner, definiert in § 5 Absatz 2, ist der Versorger oder der Eigenerzeuger, solange der Strom innerhalb Deutschlands entnommen und verwendet wird. Nach § 7 hingegen ist Steuerschuldner der Letztverbraucher, wenn der Stromverwendung außerhalb Deutschlands entnommen wird. Bei widerrechtlichen Namen ist nach § 6 Stromsteuer der Entnehmer. Nach § 8 Absatz 2 Stromsteuergesetz darf gewählt werden, ob die Stromsteuer monatlich oder jährlich gemeldet und entrichtet wird. Im Fall der jährlichen Anmeldung sind nach § 8 Absatz 6 Satz 1 Stromsteuergesetz monatliche Vorauszahlungen in Höhe von einem Zwölftel der Jahressteuer des vorletzten Jahres zu leisten. Das finden wir in § 8 Absatz 6 Satz 2. Sofern nicht nachgewiesen ist, dass diese Vorauszahlungen nicht zutreffend sind, diese Sonderregelung finden wir in § 8 Absatz 6 Satz 3. Nach § 8 Absatz 3 Stromsteuergesetz sind monatliche Anmeldungen bis zum 15. des Folgemonats abzugeben und Zahlungen bis zum 25. zu leisten. § 8 Absatz 7 Satz 3 Stromsteuergesetz Vorauszahlungen sind bis zum 25. des Folgemonats zu leisten. Und § 8 Absatz 4 Die jährliche Anmeldung muss bis zum 1.5. des Folgejahres eingereicht und Zahlungen ebenfalls bis dahin entrichtet werden. So, kommen wir zum schönen Punkt der Steuerbefreiungen. Je nach Verwendungszweck und Herkunft müssen wir ein bisschen unterscheiden. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wozu wird der Strom verwendet? Benötigen wir ihn zur Stromerzeugung, dann ist er nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 steuerfrei. Betreiben wir Notstromanlagen, ist er auch frei, nach § 9 Absatz 1 Nummer 4 Stromsteuergesetz. Für alles andere müssen wir prüfen, und zwar ob der Strom in Luft-, Wasser- oder Schienenfahrzeugen erzeugt und dort zugleich verbraucht wird. Falls ja, greift er § 9 Absatz 1 Nummer 5 und ist steuerfrei. Falls nein, gehen wir in die tiefere Prüfung rein und fragen uns, wie ist die elektrische Nennleistung der Anlage, aus derer der Strom stammt? Ist sie größer 2 Megawatt, dann müssen wir uns fragen, wird der Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen und vom Betreiber vor Ort zum Selbstverbrauch genommen? Falls ja, ist es steuerfrei nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 Stromsteuergesetz. Falls nein, ist es steuerpflichtig nach § 1 Absatz 1. Ist die elektrische Nennleistung der Anlage kleiner, gleich 2 Megawatt, dann müssen wir prüfen, ob die Anlage an das Stromnetz angeschlossen ist. Falls nicht, lassen wir steuerfrei nach § 9 Absatz 1 Nummer 6. Ansonsten prüfen wir weiter und stellen uns die Frage, wird der Strom aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen oder einen hocheffizienten, das definierten Anhang 2 der Richtlinie 2012-27 EU, sowie Nutzungsgrad von größer gleich 70% von KWK-Anlagen erzeugt, das sind Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen? Falls nicht, steuerpflichtig nach § 1 Absatz 1. Falls doch, müssen wir prüfen, nutzt der Anlagebetreiber den Strom selbst zum Eigengebrauch vor Ort? Falls ja, § 9 Absatz 1 Nummer 3a, steuerfrei. Falls nicht, dann müssen wir uns fragen, wird der Strom von Anlagebetreiber an Letztverbraucher geleistet, die den Strom vor Ort entnehmen? Falls nein, ist es wieder steuerpflichtig? Falls doch, dann greift der § 9 Absatz 1 Nummer 3b Stromsteuergesetz und es ist steuerfrei. Damit hätten wir dann die ganze Steuerbefreiung abgearbeitet. Damit können wir uns den Steuersätzen zuwenden und je nach Verwendungszweck gelten verschiedene Steuersätze. Erste Frage, wozu wird der Strom verwendet? Für Schienenverkehr, dann ist es § 9 Absatz 2 Stromsteuergesetz und es sind 11,42 Euro pro Megawattstunde. Für Wasserfahrzeuge müssen wir uns fragen, wer hat denn diese vom Land aus versorgt? Falls ja, reicht der § 3 Stromsteuergesetz und wir landen bei 20,50 Euro pro Megawattstunde. Falls nicht, müssen wir prüfen, handelt es sich um gewerbliche Schifffahrt? Falls nein, dann sind wir wieder bei den 20,50 Euro. Falls doch, prüfen wir weiter. Befinden sich die Wasserfahrzeuge in einer Werft? Falls ja, 20,50 Euro. Falls nein, 0,50 Euro pro Megawattstunde nach § 9 Absatz 3 Stromsteuergesetz. Und wenn es weder für Schienenverkehr noch für Wasserfahrzeuge ist, dann landen wir auch bei den 20,50 Euro. Dann gibt es noch das Thema Steuererlass. Und zwar ist es so, wenn Strom entnommen wird, der bereits mit Stromsteuer versteuert wurde, dann kann der Entnehmer unter folgenden Bedingungen die Stromsteuererstattung bekommen. Wir prüfen, wozu der Strom verwendet wird. Ist es für produzierendes Gewerbe oder Land- und Forstwirtschaft? Dann prüfen wir weiter in Teil 2. Ist es für Fahrzeuge des Linienverkehrs? Dann müssen wir überprüfen, ob die Reiszeit höchstens eine Stunde war und die Strecke maximal 50 Kilometer. Falls nicht, gibt es keinen Steuererlass. Falls ja, dann greift der § 9c Absatz 2 Stromsteuergesetz und man kann 9,08 Euro pro Megawattstunde erstatten lassen, wenn 50 Euro in der Summe überschritten werden. Bei sonstigen Verwendungszwecken, dann gibt es auch keinen Steuererlass. Landwärts bei einem produzierenden Gewerbe oder bei Land- und Forstwirtschaft? Prüfen wir, ist Land- und Forstwirtschaft? Falls ja, dann § 9b Absatz 2 Stromsteuergesetz und kriegt erstattet 5,13 Euro pro Megawattstunde, sofern die Summe der Erstattung 250 Euro überschreitet. Ist es produzierendes Gewerbe? Prüfen wir weiter und zwar, ob der Strom fein in deren § 9a Stromsteuergesetz genannten Sachverhalte verwendet wird. Falls nicht, dann landen wir bei einer Erstattung 5,13 Euro. Falls doch, dann haben wir eine 100%ige Erstattung. Gut, machen wir wieder eine kleine Ad-Hoc-Übung, um das bisschen darzustellen. Beurteile, ob und wenn ja, welche Belastung durch Stromsteuer anfällt, wenn 1000 Megawattstunden Strom von einem Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs für Schienenverkehrsverzeug verbraucht wird, wenn So, erster Fall. Der Strom wurde selbst erzeugt von den Fahrzeugen. Dann ist nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 Stromsteuergesetz alles steuerfrei. Wir haben keine Stromsteuer, keinen Steuererlass und auch keine Stromsteuerbelastung. Ja, b, der Strom aus dem Stromnetz entnommen wurde und die Durchschnittsreiszeit 1 Stunde 50 beträgt, also 1,5 Stunden. Dann ist es steuerpflichtig nach § 1 Absatz 1 Stromsteuergesetz. Die Stromsteuer beträgt erstmal nach § 9 Absatz 2 11,42 Euro pro Megawattstunde mal 1000 Megawattstunden, macht 11.420 Euro. Es greift leider auch kein Steuererlass. Und die Stromsteuerbelastung ist damit gleich unserer Stromsteuer. Bei C ist die Reisezeit halt höchstens eine halbe Stunde. Deswegen § 1 Absatz 1 Stromsteuergesetz steuerpflichtig. Die Stromsteuer ist auch genau dieselbe, 11.420 Euro. Was sich ändert, ist der Steuererlass, denn jetzt greift jener nach § 9c Absatz 2 mit 9,08 Euro pro Megawattstunde mal 1000 Megawattstunden, macht 9.080 Euro, die erlassen werden. Das ergibt eine Stromsteuerbelastung in Höhe von 11.420 Euro minus 9.080 Euro macht 2.340 Euro. Ja, eure Aufgabe ist jetzt natürlich wieder, dass ihr bitte entsprechend das Schema anwendet und selbst einige Aufgaben bearbeitet. Bei 1.2.24 soll bitte davon ausgehen werden, dass der Strom aus Anlagen immer größer 2 Megawattstunden stammt. Ja, da würde ich mal sagen, frohes Schaffen, viel Erfolg. Und ich spreche natürlich wieder zur Lösung und ihr pausiert das Video an der Stelle, bis ihr es gelöst habt. Okay, kommen wir zur Lösung. 1.500 Megawattstunden werden von einem Kernkraftwerk aus dem Stromnetz entnommen und für die katalytische Kernspaltung zur Energieerzeugung verwendet. Steuerpflichtig ist es nicht, denn das greift der § 9 Absatz 1 Nr. 2 Stromsteuergesetz. 2.500 Megawattstunden werden von einer Eisdiele aus dem Stromnetz zum Betreiben ihres Unternehmens entnommen, das sei ein Handelsgewerbe. Damit ist nach § 1 Absatz 1 Stromsteuergesetz steuerpflichtig. Die Stromsteuer beträgt nach § 9 Absatz 2 20,50 Euro pro Megawattstunde mal 500 Megawattstunden macht 10.250 Euro. Steuerlast gibt es dafür nicht und damit ist die Stromsteuerbelastung genau wie die Stromsteuer 10.250 Euro. 3.200 Megawattstunden nimmt Vermieter aus eigener Solaranlage mit Leistung von 1 Megawatt, die am Stromnetz angeschlossen ist, um diese an seine Mieter weiterzugeben. Nach § 9 Absatz 1 Nr. 3b ist das steuerfrei. Das heißt, es gibt auch keine Stromsteuer, kein Steuererlass und entsprechend auch keine Stromsteuerbelastung. 4. 2.000 Megawattstunden entnimmt eine Spielwarenfabrik zum Betreiben ihres Unternehmens das produzierendes Gewerbe aus dem Stromnetz. Das ist steuerpflichtig im Sinn des § 1 Absatz 1 Stromsteuergesetz. Die Stromsteuer berechnet sich nach § 9 Absatz 2 mit 20,50 Euro pro Megawattstunde mal 2.000 Megawattstunden macht 41.000 Euro. Ein Steuererlass gibt es, zu finden in § 9b Absatz 2 mit 5,13 Euro pro Megawattstunde mal 2.000 Megawattstunden macht 10.260 Euro. Das baut eine Stromsteuerbelastung von 41.000 Euro minus 10.260 Euro ergibt 30.740 Euro. Ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angekommen und wir machen halt mit den Verbrauchsteuern dann später weiter mit den anderen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das war interessant für euch. Tschüss!